Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum aktuellen Video. Heute präsentiere ich euch ein 100-Kalorien-Workout. Meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich präsentiere euch heute ein 100-Kalorien-Workout. Das Workout besteht aus insgesamt vier Übungen. Das ist einmal der Hampelmann, dann machen wir die Liegestütze, dann machen wir Hocksprung und letztendlich die Crunches. So, ich würde sagen, wir fangen einfach an mit dem Hampelmann. Wir dehnen uns erst einmal ein bisschen, wärmen uns etwas auf. Nur ein bisschen, vielleicht vollkommen aus. So. So, und fangen auf mit dem Anlass mit 40 Hampelmann. Elf. Halbzeit. Und 40. Sehr gut habt ihr das gemacht. Ein bisschen auslockern. Jetzt kommen die Liegestütze. Wir machen ins. Fünf. Versucht dabei, schön runter zu gehen. Und es geht los. Eins. Zwei. Dreizehn. Vierzehn. Und fünfzehn. So, jetzt gehen wir auf den Boden. Ich hoffe, ihr habt einen weicheren Untergrund. So, die Crunches. Beine auf den Boden abstellen. Achtet ihr drauf, dass ihr die Hände hinten nicht zusammenschränkt. Hier vorne lassen. Und mit der Brust nach vorne kommen. 30 Stück. Okay? Und los. Achtet ihr drauf, dass die Belastung aus dem Bauch kommt. So, ich glaube, wir sind jetzt bei zehn. Elf. Außen nicht hier. Ja? So 15, glaube ich. So. 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 Wir machen 20 Stück davon, gehen ganz tief in die Hocke und springen hoch. Zeit. Das ist eine meiner Lieblingshöhungen überhaupt. So. Dann das war mein 100-Katholien-Workout. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Über ein Feedback und über mindestens ein Daumen hoch. Würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. 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 . Bis zum nächsten Mal.